Ich bin im Trümmerbruch. Ich habe eine 6er oder 7er Losingstreak, Leute. Ich brauche euch mental. Ich bin zwar eurer Raidenkrieger, aber ich brauche euch. So, nur Glück. Mit etwas, mit etwas, mit etwas, mit etwas, mit etwas, mit etwas. 2B, 1B. Nein. Pushing Seite, beide Seiten, beide Seiten. Wie schreibt einer, warum ist er nackt? Das ist echt heiß, mein Bester. Mega heiß bei mir. Warum ist er nackt, Chat? Was? Okay, er ist tot. Nice. Richtig, gut. Hevon. Letzter Spieler stand. Das ist gut. Ja, ja, ja. Viel zu close. Bist du echt an einer roten Ampel vorbeigefahren? Ja, ja. Wir waren eigentlich schon fast fertig. So Fahrlehrer hat schon mit dem Prüfer geredet und so. War alles voll lustig und cool und so. Wir haben gesehen, ich hab's drauf. Mit einer Hand bin ich gefahren und so. Hab schon ein bisschen vorher gelernt und so. Und dann bin ich, ich bin nicht direkt über eine rote Ampel gefahren. Aber dieser Streifen, das ist auch immer so ein Streifen, wo man eine Antel halten muss. Und ich bin leicht drüber gefahren. Leicht drüber gefahren und das ist schon über rot gefahren. Und zwar, wir waren auf dem Weg zum TÜV wieder zurück. Ich hab fast geweint, Leute. MN plus. Ich hab fast geweint. Wir müssen nachher gehen. Das war so schlimm für mich. So Moment. Einer kurz noch. Shepa, bitte nicht sterben. Schade. Am Droning Mittel. Kurz, kommt. Na, das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig, dass wir da so viele Androids abgeben. Very important Frage. Wieso hast du in Spanien gelebt? Weil ich raus wollte aus Deutschland. Ich wollte was Neues erleben. Deutschland ging mir auf den Sack. Und ja, ich war einfach so, so eine Situation im Leben. Weiß ich nicht. Einfach raus. Hab mich alles abgefuckt. Hab mich einfach alles abgefuckt. Und Bro, ich bin auch so ein Mensch, manchmal ich mach crazy Sachen. Dann geh ich einfach nach Spanien. So. Und ich hatte das Glück, dass ein Kollege von mir ein Haus in Spanien hat. Genau. Der lebt dort alleine, an der Küste. Und ja. Mit dem lebe ich dort. Und bin dann halt wegen Fokus und sowas wieder zurückgegangen nach Deutschland. Nice. Ich will tag das KID. Ich will tag das KID. Und ich will bang das KID. Und ich will bang das KID. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Was? Ich kann nicht bangen Kinder. Es ist wie durch die Wand, Bro. Banging. WTF. Hat jemand Tipps gegen den Tilt bei Walo. Pause machen. Hör auf zu zocken. Geh raus. Geh ins Kino. Oh, maybe. I need help. Spock me. 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 Spock. Was ist los, Bruder? Was war das für ein Schockdart? Fals. Das Ding. Wir bouncen wieder zurück auf Spock. Ehrlich? Ja ja. Spock me. Spock me. Spock me. Spock me. Spock. Spock me. Spock me. Spock me. Spock me. Spock me. Spock me. Bro, nix läuft, nix läuft, erst den Jumper fehlt, aber dass er dann wirklich dauerhaft durchgesneakst, weiß ich nicht, ich bin zuviel am overthinken. Als ob die die Wall nicht gehört haben, Jungs. So, was sind noch mehr, die können rewiben, nice. Einer ist raus, rewiben, 2 lobby, 2 lobby. 1 HP, Bro. Was passiert hier? Nice. Lass uns lobby, ey. Eigentlich muss der Omen vorgehen, Omen ist 1. Revealing area. Defeated. Reloading, reloading. Das waren wir, Kuba. Reloading. Ich bieg einfach, ja. Ach, nice. Tuba, machst du geisteskranken Move? Let's go. Chippies. Chippies, don't pick, don't pick, down, 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 down. Depp mach, du führst nicht. Perfekt. Let's go, guys, come on, we win this shit. 3-9 Curse activated. 3-9 Curse activated, chat. Ich geh einfach rein. Ja, man. Ich feier deine Raze, wenn du double setchst, geh da rein, Brody. Ja, ja. Mach geisteskranken Schreis. Oh, fuck, der hat mich geslockt. Mach geisteskranken. Reiner, was hat denn da? Ah! From A, pushed. A, Lobby pushed. Wait, I will... Oh, mein Gott, my heart. Der hat Lobby gepusht, der braucht lange. Ja. I have still drawn. Lobby. Okay, leave him, leave him, leave him. Come, Chaffer, please. Yes. Nice. 30 seconds left. Come back short, guys, trust me. Nice. Desmond Job come close. Errol, go under. Keep it under. Keep it under. Okay, keep the Errol, but you ready? No, let's go, let's go, let's go. Go. Bang, bang, bang. Das raus, das raus. Nice. Let's fucking go, Chaffer. Da-da-da-dee-da-doo. Can we go... Right, left. Left, right. Wait, 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 guys. Please wait for me. Don't do anything. Anything, please. Wait. Check every corner. Silence. Bro, there's timing. Bro, the Omen is already out. I'm going to run. He's got this, man. You know, when we're doing party until 4am, you know you're the friend who's writing at 6am. Guys, let's do party, you know. You're always late on the party, bro. Sorry. Bro, Omen is so disgusting. Can I smoke for Smith, Omen? I don't want to be toxic, but it's just not good what he does. Omen, you have to be... Can you smoke for Smith? That's right. Don't stop. Won't stop. I don't look go over, right, I had to boss. They hook the Red King. Physiek down. Airwattr. Swat, six minutes away. A main jump. A machine rein. container, side. Scanners. Nice shot. Nice shot. oh kuba alter geil okay eigentlich müssen wir es gewinnen ja so der wegruf oder auf geht es war wegen deiner 5 gibt es haben wo wegen deiner 5 gibt es haben das war an die okay i've ulti now guys and we should stick together all nothing 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 maybe behind i give aro it's not good explain no no plenty for plenty for bitte it's not default you're going to see for the big lineups okay nice good job you want to play you want to play i am the hunter nice giving arrow go go under one guy go under i drone go under go under go under go under go under 1,7 1,7 1,7 1,7 2,2 Nice, girl, you're done with black Wuuu Auf geht's Sehr geil, was ein Comeback Tz's Leute, was wie wir das gedreht haben Das war der neuen 3 Kurs, ich sag's dir Wir hatten 9,3 Brudi